Tagesbotschaft Der Montag steht numerologisch unter der Zahl 3. Die 3 heute steht für Verschlossenheit. Jetzt schauen wir mal in Verbindung mit der Karte. Ich ziehe mal eine. Ah, sehr interessant. Wir haben hier der Mind, den Verstand. Es geht hier heute darum, sich kopfmäßig zu öffnen, aufgeschlossen zu sein, beweglich und flexibel zu bleiben. Es geht auch um deine Vorstellungskraft. Verschließe dich nicht vor Gedanken, die dir vielleicht im ersten Augenblick fremd oder seltsam erscheinen. Sei offen, bleib flexibel und bleibe wachsam. So siehst du auch interessante Menschen in dein Leben und trägst auch zum Wachstum der Erde etwas bei. Ihr kennt das ja alle, wenn Menschen sehr intolerant sind, ist das erstmal wie eine Mauer. Es geht nichts voran. Heute dürfen wir offen sein. Im Geist, im Herzen und in unseren Gedanken. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und in unseren Gedanken. So, jetzt geht's.